Hallihallo und weiter geht's wo da aufgehört. Ich geh da zurück, weil da hab ich was vergessen. Wir sind immer noch im Reservat der Schaum. Es liegt hier in der Ecke noch ein Giftstein. Diesmal gehen wir aber den anderen Weg entlang. Gibt's hier glaube ich nur noch einen. Sehen wir gleich. x2 x1 x2 x5 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 x6 x7 x5 x5 x6 x6 Okay. Eh? Okay. Okay. Nein. Kletter doch, mein Freund. Kletter, kletter. Ich frage mich, wo hier der Kotkopf noch unterwegs ist. Jetzt auf jeden Fall mal open the door, ich hoffe das funktioniert. Das müsste jetzt die andere Abkürzung sein. Hoffe ich. Jawoll, ja. Warum denn nicht gleich so? Ja. 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 Ach, da komme ich her. Da ist der Kotkopf. Ja, dann können wir mal. Ja, dann können wir mal. Okay. 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 Ah, ja. Wow, da hatte ich jetzt wirklich Dusel. Vorsicht für rechts, ja. Hm, hat Glück gehabt, ja. So, goldene Rune wollen wir da runter. Oh, komm rauf hier. So, goldene Rune. 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 Hey! jetzt sind wenigstens dann mal die kiefer weg ich werde nicht immer irritiert von den geräuschen und will sie suchen schmiedestein 7 auch in ordnung nehmen wir mit pümmelt da schon wieder was oder immer noch oh da unten ist ein dicker hummer nein nicht unterfallen wenn ich hier okay da wollte mich laxen so 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 ich sage euch, es ist echt ein nerviges Dungeon bis jetzt das ist alles für Feuerfett super wow, 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 jetzt dachte ich, Hilfe ja, jetzt habe ich aber den ganzen Splüssen da auch eingesammelt immer das Positive raus okay, da kann man weiter runter, aber hier wollen wir auch noch nicht oh, tach ne hey oh haha das ist wieder neu, okay 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 Was ist der Akeel? Der Akeel ist der Akeel mein freund sehr gut und dann drauf alles kann er ich hasse diese misstsack überall können sie na gut da unten war ich noch nicht Opa Das ist doch der Anfang, ja, das ist der Anfang. Sehr schön, wieder. Ja, ich geh mich mal. Ja, was hat mir das... jetzt... nur wegen diesem... hoppala... scheiße, verschissenen... Hä? So wegen diesem Zaubeer? Ja, der eine hat auch mal Babys fallen lassen. Der Kerl da hinten. Äh, nicht der Kerl da hinten, sondern... Wohin, ey? Und immer erwischte mich mit dem Flöten. Arräum! Aufwachen! Die Kerl da hinten! Fahr auf T– altre Arm! Fahr auf! Fahrあ! R. FFR notice! Fahrle hier. Nei... es gibt es nicht hei 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 so so ein ähnlicher hat schon irgendwie was malbabies hat er fallen lassen im letzten video malbabies könnte man da eigentlich auch mal aus alles probieren ach das ist derselbe blöde nach so und ihre malbabies ok so habe ich es verstanden ach habe ich wieder nichts bei meine güte mach es mir aber auch selber schwer 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 und der andere spack auch noch es ist ja theoretisch geht es nur noch hier runter der andere was getraubt er irgendwas hat er getraubt warum ist denn der so geil auf mich mensch das ist doch arsch und und das mal weil ich hatte doch recht sehr schön mal babys und mal weil ja jetzt werde ich auch wieder total doof wenn ich nicht so mal bb mal bale mal ax gibt es wahrscheinlich auch noch so 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 ähm 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 und so dolla wo ist denn da? hat geklappt ähm 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's mit dem Lobster Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut Das war's mit dem Lobster Schmiedesteine brauchen wir immer Mox-Kette? Okay Bild kurz den gefangenen Mock auf Erden, was denke ich? Okay Gucken wir mal, was der gefangene Mock ist Oh, zack Äh, Mock? Hoppala Wann kann ich denn den Mocken mocken? Okay Müsste man mal wissen, was Mock ist, ne? So ein Monster, Monster Mock Ja, ich pack's aber trotzdem mal rein Vielleicht funktioniert's ja irgendwie dann mal so Sollte uns ein Mock begegnen Oh, da ist ein Mock so'n Scheiße So ein Käfer vielleicht Aber ich hab draußen im Eisgebirge habe ich so Kotkäfer, die mir viel zu schnell abhauen, die ich nicht erwische Vielleicht ist das ja ein Mock, aber ich kann mich auch total irenen, ne? Also da ist der Fahrstuhl Und da ist ein Ort der Gnade Sehr schön Also wir sind jetzt in den Katakomben von Lydell Ui Okay, der ist ganz schön hoch Nein Nein Schade Auch 15.000 Mal draufkloppen hilft nicht Jetzt hab ich den dreimal geholt, jetzt geh ich den anderen Weg, ne? Erstmal Oh Oh Okay, das ist ein Dungeon im Dungeon oder Dungeon Dungeon Oh Oh Na, seid ihr Mocks? Na, ja, ja Hä? ok er macht es sogar aber ihr seid keine mobs ich glaube das sind diese kleinen scheiß sicher oder die großen wo ich auch gemalt wie bisher haben das ist ein paar Schäuze Da ist die Teillinie 6 Da ist die Teillinie 6 So, jetzt können wir gucken, ob das ein MOG ist, ne? Bist du ein MOG? Ne, das sind garantiert Das interessiert den gar nicht So, komm mein Freund, Kupferstecher Und vorher gehen sie mir so auf den Sarg Super, wuppala Und jetzt will er nicht Ach, der kommt da nicht durch, der Kerl, oder was? Zu dick, oder was? Wow Wow Nee, da hat er Das war's für heute. Schuppenthalisman des Gemetzels, äh nein, ich hätt's gern gelesen, sondern ein Schuppenthalisman des Schmelztiegels, okay, na, was kannst du denn? So ein Schuppenthalisman des Gemetzels wäre auch nicht so verkehrt, äh? Da ist er. Verringert erlitten in Schaden durch kritische Treffer. Ja, also wenn ich abgestochen werde, ja? Das sind doch die Krit, oder ist das Krit? Ich weiß es gar nicht hier, ja? Egal was wir haben, haben wir. So, jetzt geht's hier noch linkschen lang. Na? Hübscher. Funktioniert voll, diese unsichtbare... Wow, wow, wow. Geh weg, du! Oh, ich... Oh, ich... Oh, ey. Das wär's beinahe wieder gewesen. Jetzt nicht schon wieder 50.000, dann wären's nämlich schon 150.000, was ich nehme. Denk schon verloren hätte, ja? Denk schon verloren hätte, ja? Okay. Okay. Jetzt bin ich da am Anfang. Ja. Toll, das hat uns jetzt nicht gerade wirklich viel... Ich hab doch da oben nichts übersehen. Okay. 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 Wann hätte ich den Hebel... Mock! Komische Sache, ja? Aber wenn ihr das alles so... Da liegt auch noch was gemacht habt, wie ich gemacht habe. Da müsste bei euch ja die Tür jetzt auch offen sein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verdutzt. Theoretisch müsste doch da der Aufzug... Aufzug... Okay? Das ist schon wieder so ein verplanendes. Ich hatte schonmal so einen... Oder ich bin wieder so verplant, das kann es auch sein, ja, rauche ich noch jetzt schnell einen, bin ich, garantiert ich. Ne, da war der. Ne, da war der. Ach, bleib doch da, mein Kleiner. Okay, hier ist der Hebel. Oh, Kai. Sakramentknospe. Also hatte ich doch recht da, weil wenn ich jetzt da runter springe, müsste da theoretisch dann der Aufzug da auch in der Nähe sein. Nein, da ist das mit dem Feuergedöns. Und da müsste jetzt der Aufzug kommen nach Adam Riesche. Nein, hä? Doch, hier ist es. Sehr schön. Da ist der Aufzug. Was gibt es denn da noch? Die kommen immer wieder, ne? Brauche ich heilig? Nein, brauche ich nicht. Geisterschnecke. Heilig Drachen Talisman. Sehr schön. Heilig Drachen Talisman. Hm, habe ich jetzt die andere zugemacht? Ich habe keine Ahnung. Hä? Jetzt bin ich... Okay. Ach, jetzt bin ich hier wieder am Anfang, okay. Ach, das hat sich jetzt... Das war der Hebel, okay? Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, das ging auf, ja? Sehr schön. Also, ein Hallig-Talig-Talisman. Was THRUSH-Taliger? Wait... Uhh... Ja, jetzt kann ich den machen, aber ich habe ja theoretisch dann noch den zweiten Boss, jetzt machen wir erstmal den, gucken ob das was wird. Wow! Waff Talisman, Jubel des Blutes Okay Blutverlust in der Nähe erhöht deine Angriffskraft, okay, wow So, dann gehe ich da gleich wieder zurück Na, eigentlich hätte ich reisen können, wäre besser gewesen, ne, Horst Theoretisch müsste es noch der, ein zweiter Poster irgendwo rumgummeln Hm-hm Ne, das war's nicht So, genau da runter Nein, doch nicht Und auch in die andere Richtung Ja, und das müsste ein numero due sein Ich habe meinen zweiten noch mitgeholt, oder wie? Oder wahr? Also doch kein zweiter Boss Ist gerade ein bisschen mysteriös, aber was soll's Ja, das war's nicht Ja, das war's nicht Das war's. Schade, doch kein zweiter Boss. Goldene Rune 11, volle Wurst. Ja, es war der Fake Room, ja? 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 Nee, bin ich wieder falsch, ne? Oder? Hauptsache, es gibt noch Gräberlinien, ja? Ja, es war der Fake Room, ja? Ja. 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 Okay. Ah, jetzt bin ich da hier einmal. Hä? Schade, dass es keinen zweiten Boss gab. Jetzt bin ich schon wieder im Kreis gebimmelt. Das ist doch Arsch. Resignation. Okay. Doch, und jetzt da wieder rechts. Juhu, ich hab's raus geschafft. Nog nicht. Jetzt müsste ich doch da wieder zum Anfang anfangen kommen. Ja, da war der Heilige Helpel. Nein, nicht wieder in die Richtung. Ja, da war der Boss, der Richtige. Juhu. Ja, das waren jetzt eher die Katakomben von Lendl. Lendl. Wir alles das Reservoir der Scham. Aber ich schreib's in die Beschreibungen. Juhu. Jetzt kommt dann der dritte Teil schon. Das gibt's dann da unten nicht noch alles. Juhu. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.